Die baden-württembergische Landesregierung möchte Schülerinnen und Schüler künftig intensiver bei der beruflichen Orientierung unterstützen, denn Gerade die Corona-Pandemie hat bei vielen Schülerinnen und Schülern den Eindruck hinterlassen, dass ihre Chancen auf dem Ausbildungsmarkt schwierig seien. Es gab eben weniger Praktikumsplätze, Berufsorientierung konnte nur eingeschränkt stattfinden. Und da ging ein bisschen eine allgemeine Zukunftsangst umher. Erklärte der Ministerpräsident im Rahmen der Regierungspressekonferenz am gestrigen Dienstag in Stuttgart. In Wahrheit sei die Lage jedoch genau umgekehrt. Die Aussichten auf dem Ausbildungsmarkt seien so gut wie seit Jahrzehnten nicht mehr, so kretsch man weiter. Im Interesse der jungen Menschen sowie der Wirtschaft im Bundesland wolle man mit der Initiative BO durchstarten, berufliche Orientierung wieder ins öffentliche Bewusstsein rücken. Auch die landesweite Online-Plattform www.praktikumswoche-bw.de soll beim Einstieg ins Berufsleben unterstützen.